Musik Herzlich willkommen zu Europa im Dialog mit. Und heute mit der sehr bekannten österreichischen Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin Erika Pluha. Ich grüße Sie sehr herzlich. Noch einmal. Hallo. Frau Pluha, Sie haben auf die Frage, was Europa für Sie bedeutet, für Sie ist, gesagt. Europa für mich erfühlbar zwischen Lissabon und Istanbul. Beheimatet mich. Das ist ein wunderbarer Satz. Beheimatet mich. Was verstehen Sie darunter? Naja, wir alle wissen, dass der Begriff Heimat sehr oft fälschlich benutzt wird und auf eine verführende und schlechte Weise gebraucht wird. Aber ich kenne dieses Lissabon schon seit so vielen Jahren. Und ich habe jetzt in diesem Sommer auch Istanbul sehr gut kennengelernt. Und dann hatte ich wirklich so dieses Empfinden, diese Klammer, die dahinter steckt. Beide sind Städte zum Meer hingeneigt, irgendwo auch am Ende des Landes. Und da habe ich mir gedacht, genau da dazwischen, da gehöre ich hin. Also ich sehe Heimat jetzt nicht so als unbedingt mein Häusern mit meinem Garten, sondern die große menschliche Heimat für mich ist der europäische Raum. Also in dem fühle ich mich, wenn man das überhaupt dabei sagen kann, auch zu Hause. Und das hat auch ganz viel mit meiner Biografie zu tun. Ja, Ihre Biografie. Ich habe gelesen, Ihre Großeltern stammen aus der damaligen Tschechoslowakei. Ja, natürlicherseits kommen meine Großeltern aus der Tschechoslowakei. Mein Vater hat noch den Kaiser winken sehen. Also diese jetzt östlichen EU-Länder gehören für mich also nahtlos dazu, weil sie auch familiär mir ganz nahe sind. Und dann, das muss ich dabei halt immer ganz stark betonen, ich bin 39 geboren, also knapp vor Ausbruch des Krieges. Und als Kind waren meine ersten Eindrücke beim Wahrnehmen dessen, was Leben für uns Menschen bedeutet, war Krieg. War Katastrophe, Angst, Bomben. Also ich wurde so früh eben mit dem Katastrophischen und dem Krieg konfrontiert. Auch jetzt wieder, wenn ich mitbekomme, was auf Erden passiert, muss ich immer an diese vielen Kinder denken, die das so sofort in ihr junges Leben hineingeschaufelt bekommen. Nun haben wir diesen Krieg überlebt, die ganze Familie. Dann kam die Nachkriegszeit. Und einfach als es dann den Gedanken der EU gab, war das Vorrangigste für mich, dann gibt es hier nie mehr Krieg. Dann werden diese Länder einander nicht mehr bekriegen. Also das war für mich erstmal wirklich der vehementeste Grund, diesen Beitritt Österreichs zur EU wirklich zu begrüßen. Sie sind überzeugte Europäerin, sagen Sie. Was macht für Sie das genau aus, dieses Europäer-Sein oder Europäerin-Sein? Es ist eine Vielfalt. Und das ist ja das Schöne. Es ist nicht etwas Einhelliges. Darf ich Ihnen meine Europa-Hymne vorlesen? Sie haben eine Europa-Hymne? Weil da kommt es ein bisschen vor. Es war eine Auftragsarbeit, als es noch dieses Schwanken gab, werden wir beitreten oder werden wir nicht beitreten. Dann wurde ich lustigerweise von der Stadt St. Pölten, die sehr sozialdemokratisch geführt war, wurde ich gebeten, durch eine Europäer-Hymne zu verfassen. Daraufhin habe ich mit meinem guten musikalischen Gefährten Antonio Dalmeda, der ein Portugiese ist, Lissabon. Er hat also irgendeine zündende Melodie geschaffen und ich habe versucht, auch einen zündenden Text dazu zu schaffen. Und wir haben das einmal in St. Pölten auf dem Hauptplatz, auf einer Freilichtbühne haben wir das geschmettert. Wenn ich Ihnen das jetzt vorlesen darf, dann wissen Sie genau, was ich mir so damals, auf eine sehr schlichte Weise, weil das musste ja als Hymne funktionieren. Also das ist dann mehr wie 20 Jahre her? Ja. Und jetzt? 20 Jahre ist Österreich bei der EU? Wir haben das auch nie wieder miteinander gesungen. Das haben wir ein einziges Mal wirklich nur in St. Pölten am Hauptplatz von uns gegeben, diese Hymne. Und ich bin jetzt so frei und sage Ihnen diesen Text, weil irgendwie steckt da schon etwas drinnen, was ich mir so gedacht habe. Also die St. Pöltener Europa-Hymne. Vielfalt stellt tausend Fragen. Vielfalt bringt Unterschied. Wie das vereinen und nicht verneinen, weil wir so gern wir selbst sind. Jedes Teil ist für sich einzig und fühlt sich als ich. Wozu brauchen wir ein Europa? Brauchen wir ein Europa? Staaten wollen für sich dasselbe wie du und ich. Allein sein und ein Europa. Allein sein und Europa. Wir können nicht Berge versetzen, sie stehen vor der Nase uns da. Sich vor ihnen neigen, sie übersteigen, bleibt was dabei zu tun ist. Grenzen geben uns Raum. Wenn wir sie klug überschauen, dann sehen wir Europa. Sehen wir Europa. Bewahren und Öffnen zugleich ist mühsam und doch macht es reich. Und ein Reichtum ist Europa. Ein Reichtum ist Europa. Ja, das sind doch Utopien, sage ich mir selber sofort. Schau sie dir an, die Mächtigen dann, die nur an Profite denken. Bleibt unsere Eigenart, denn in dieser Soße bewahrt und ein geistiges Europa. Ein geistiges Europa. Aus Unterschieden ein Reich. Nicht fischen im selben trüben Teich. So wollen wir Europa. Wollen wir Europa. Aus Unterschieden ein Reich. Nicht fischen im selben trüben Teich. So wollen wir Europa. Wollen wir Europa. Das war also meine Europa-Hymne. Aber hat doch ein paar Gedanken, die gar nicht so blöd waren, oder? Diese besungene Vielfalt, die macht aber manchen eigentlich Angst und macht viele Probleme damit. Ich habe es so beobachtet. Entweder gab es für Menschen die Problematik, sie werden in ihrer Eigenart bedroht. Sie müssen sich eben dieser Soße. Oder es gab diese Angst, es gibt so vieles. Wir sollten doch eigentlich vielmehr eine Einheit sein. Aber ich sehe das eher, wenn Sie mich schon als Philosophin ansehen, ich sehe das insofern philosophisch, als es mit unserem Menschsein so viel zu tun hat. Wir sollen ja auch Vielfalt in uns haben und nicht nur stur so eine abgepackte Person sein. Also ich glaube, wir fühlen uns auch menschlich viel wohler, wenn wir nach vielen Seiten hin leben dürfen, unsere Interessen nach vielen Seiten hin aufgehen dürfen. Und genauso sehe ich oder erfühle ich eben Europa. Gerade, dass es so anders ist, ob ich jetzt bin oben in Hamburg oder ob ich, was ich gerade jetzt vor zwei Tagen war, in Venedig bin. Beide haben ein Wasser, beide haben so etwas wie einen Kanal und trotzdem ist es ganz eine andere Atmosphäre, eine andere Lebensform, eine andere Lebensqualität und beide Städte liebe ich sehr. Also in diesem Sinn bin ich eben ein großer Befürworter, eben gerade der europäischen Vielfalt. Und wenn Sie gestatten, gehe ich dann gleich noch einen Schritt weiter, dass ich diese Vielfalt auch sehr gerne durch Migration bereichert sehe. Weil Europa kann sich nicht mehr abschotten und sagen, also das sind wir und so bleiben wir und da darf niemand mehr herein. Und wenn also diese Menschen übers Meer kommen aus Afrika, weil sie dort einfach nicht mehr bleiben dürfen und bei uns Zuflucht suchen. Und wenn sich hier natürlich unendliche Schwierigkeiten ergeben mit vor allem Fanatismen, vor allem dieser Fundamentalismus, der ja unsere Welt zurzeit so in den Fängen hält. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ich bin zurzeit wirklich, wenn ich mir also in verschiedenen Sendern die Nachrichten ansehe, ist es so traurig, so betrüblich und so bedrückend, wohin irgendwie der Mensch wieder zurückgefallen ist. In etwas, wo ich doch dachte, das wäre durch Aufklärung und durch Geistigkeit überwunden worden. Aber wir haben wieder die Religionskriege, wir haben die Fundamentalismen und alles. Ob wir jetzt fundamentalistisch sind beim Nichtrauchen oder bei der Religion. Fundamentalismus ist in meinen Augen eine dem Menschen wirklich schädliche, die schädlichste Eigenschaft. Und damit müssen wir jetzt weltweit zurechtkommen. Und damit muss natürlich auch Europa versuchen, einen Weg zu finden. Wir müssen, wir leben in der Zeit einer Völkerwanderung. Man muss Menschen aufnehmen können. Man muss Menschen tolerieren. Aber auch die Toleranz ist etwas ganz Spezifisches. Frau Blucher, lassen Sie uns das ein bisschen analysieren. Mich würde interessieren, wie Sie in diesen letzten 20 Jahren, in denen Österreich Mitglied der Europäischen Union ist, Sie haben besungen, sozusagen Österreich auf dem Weg in diese Gemeinschaft. Jetzt sind wir 20 Jahre Mitglied. Was hat sich für Sie oder aus Ihrem Blickwinkel da getan? Hat sich was verändert? Ich habe einen sehr kritischen Blick auf immer, auf das rein wirtschaftliche Denken. Das kommt auch daher, dass ich mich auf diesem Sektor auch wirklich nicht sehr, sehr gut auskenne, obwohl im Prinzip schon, aber ich kenne mich da. Ich bin also kein Mensch, der in Wirtschaftsfragen jetzt, obwohl ich habe wirklich die Festrede in der WU gehalten. Und da hat der Rektor sehr tapfer gesagt, nein, nein, sagen Sie das, was Sie von Wirtschaft halten. Das hat eigentlich den Studenten ganz gut gefallen. Also ich sehe auch, Wirtschaft, Ökonomie, sehe ich auch ein bisschen als ein philosophisches Element unseres Lebens. Aber mir ist doch immer wieder sehr bewusst geworden, dass die EU sich eben so sehr wirtschaftlich ausrichtet und das von mir erfragte, ersungene, geistige Europa bleibt meiner Meinung nach da oft auf der Strecke. Und gerade in der letzten Zeit mit diesem griechischen Phänomen habe ich eine Dokumentation nicht nur in einem Programm gesehen, ich habe sie dreimal gesehen. Das lief, glaube ich, auf Arte, auf Dreisat, auf ZDF. Und das war eine kritische Dokumentation über die Troika. Und der Untertitel hat mich sehr gepackt. Macht ohne Kontrolle. Und ich glaube, dass diese Dokumentation nicht hektisch oder auch nicht aggressiv gemacht war. Sie war sachlich. Und sie hat mir eben als Nicht-Fachfrau auf diesem Gebiet doch irgendwie einiges erklärt. Dass dieses Europa, so wie es jetzt strukturiert ist, doch sehr darauf aufpassen muss, dass nicht die Menschen auf der Strecke bleiben. Dass nicht einfach das Finanzwesen, die Finanzinstitutionen, wie das ja jetzt genannt wird, man sagt ja nicht mehr Troika, das sind jetzt die Institutionen, dass da plötzlich über die Menschen entschieden wird, die eben diese vielfältigen Länder bewohnen und natürlich auch vielfältiger reagieren, auch auf Wirtschaftliches, auch auf ihr Fortkommen. Und was mich besonders ärgert, ist dann immer, dass eine Agentur in Amerika weiß, wo sie uns hinstufen soll. Bitte, was hat eine Agentur mit einem... Also da werde ich immer ganz böse. Was hat Österreich mit einer Agentur in New York zu tun? Woher wissen die, wie es bei uns zugeht? Also ich bin Schauspielerin und da gibt es furchtbare Agenturen. Deswegen bin ich auch... Also früher als Schauspielerin wusste ich, wie das mit Agenturen ausschaut. Das hat immer auch was mit Macht zu tun. Ja, und dass es von Agenturen überhaupt berechtigt ist, uns einzustufen oder zu beurteilen. Also auf der anderen Seite sage ich dann auch immer wieder zu mir selber, gut, liebe Erika, aber es geht nicht ohne... Ohne Ökonomie geht es auch nicht. Also man muss das, was wir Menschen leben, in der Gemeinschaft, sozial, gemeinsam, man muss es ja auch wirtschaftlich verwalten. Und es wäre für mich sehr, sehr schön und begrüßenswert, wenn in der EU da eine neue Balance entstehen würde. Und ich glaube, diese ganze Geschichte aus Griechenland, es gibt ja auch ähnliche von links kommende Bestrebungen in Italien, in Portugal, das wird all denen nicht im wahrsten Sinn was nützen, aber es hat, glaube ich, dieses EU-Gebäude positiv erschüttert. Ich sehe das so. Plötzlich mussten alle ein bisschen nachdenken mit dem Griechenland, wieso eigentlich, und dass dort wirklich die Menschen Selbstmord begehen und dass ihnen plötzlich... Stellen Sie sich vor, bei uns würde man sagen, nein, du kriegst jetzt deine Rente nicht mehr. Na, da möchte ich sehen, was bei uns passieren würde. Und das ist dort geschehen. Und das müsste man anders beurteilen, als nur, bitte der Kredit an dieses Institut, der muss jetzt zurückgezahlt werden. Also da würde ich einfach auch an eine Menschlichkeit appellieren, die es ja in so einem großen Staatengefüge unbedingt geben muss. Apropos Menschlichkeit. Griechenland, das hat doch sehr, sehr viel auch mit Solidarität zu tun. Gibt es zu wenig europäisches Solidaritätsbewusstsein? Das würde ich so gar nicht einmal nur auf Europa beschränken. Ich glaube, dass diese digitale Revolution, wo Menschen weltweit nur mehr so leben, unser soziales Miteinander sehr gefährdet. Also Menschen vereinsamen vor ihren Bildschirmen und das passiert eben nicht nur in den Ländern der EU, sondern das ist ein weltweites Phänomen. Das wird schon, was weiß ich, Japan stuft das schon als schweres Krankheitsbild ein. Und Kinder zum Beispiel leben teilweise nur noch auf diese Spiele und diese Sachen. Also deswegen fand ich ja auch einen ganz guten Schuss vor den Bug, dass plötzlich in Frankreich ein ganzer Sender ausgeschaltet werden konnte. Weil plötzlich haben alle überlegt, um Gottes Willen. Wir leben auf einer Welt, die nur noch digital, die nur noch funktioniert über Internet. Es gibt jetzt schon das Internet der Dinge. Dann gibt es Menschen, die wollen, dass sie es so machen. Und das Licht geht an, so geht die Heizung an, so geht die Türe auf, so geht der Kühlschrank auf. Was für ein Schaden gegen die Lebensqualität. Es ist doch so schön, das Haus zu betreten, aufzusperren, das Licht aufzudrehen, zum Kühlschrank zu gehen, ihn selber aufmachen, schauen, was trinkt. Also gut, wurscht, nur nebenbei. Also das rauben sich Menschen durch diese eben digitale Revolution, wie das ja jetzt auch schon heißt. Und ich glaube, es ist eine wirklich einschneidende Revolution für uns als Menschheit. Und in dieser Weise dann auch noch wirklich brüderlich, sozial, schwesterlich aufeinander zuzugehen und Gemeinsamkeit zu erfahren und zu erfüllen und zu spüren, das müssen wir Menschen uns, glaube ich, nahezu neu erarbeiten. Jeder kann das natürlich nur in seinem eigenen Umfeld erstmal versuchen. Also wie geht es meinem Nachbarn oder wie geht es denn der kranken Frau in der Dreierstiege, die da immer so herumkreucht, wie geht es eigentlich, fängt schon dabei an, wie geht es denn wirklich meinem Kind, wie geht es denn wirklich meinem Ehemann oder meiner Frau in der Küche, wie geht es uns denn wirklich? Natürlich. Und da bei sich selber mal anzufangen ist sicher ganz wichtig, aber dass worldwide man mit Solidarität zurzeit sich schwer tut, das glaube ich, ist einfach so. Das klingt nach Menschlichkeit lernen oder die menschliche Beziehung wieder neu zu lernen, neu zu definieren und dann einfach auch ausstrahlen zu lassen. Ich habe mir da in den Notizen für heute ganz groß zum Beispiel das Wort Lernen aufgeschrieben. Ich glaube wirklich, dass jetzt im Gespräch über Europa, aber auch im Gespräch über uns als Spezies, als Menschheit, der Begriff Lernen wieder ganz wichtig werden muss. Wir müssen wieder lernen, anders miteinander umzugehen. Wir müssen wieder lernen, auch das Menschsein anders zu begreifen, als es die fundamentalistischen Religionen von uns fordern. Da sind wir ja in einen Barbarismus zurückgetaucht, der ganz schrecklich ist. Der Mensch kann spirituell sein, jeder Mensch kann für sich seine Religion leben, natürlich, 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 aber für sich, für sich und seinen Zugang zum Geistigen. Das muss aber auch bitte erlaubt sein, ohne einem Gottesbild, das einem aufoktroyiert wird. Aber es sind nicht solche extremen Entwicklungen, gerade auch Dinge, die etwas auffüllen, diese Sehnsucht nach Leitung. Sehnsucht nach der Vollkommenheit, ja, natürlich. Und erstens werden wir immer mehr Menschen auf Erden, wir sind ja schon nahezu zu viele auf diesem Stern. Dann sind wir wirklich, haben wir nie die richtige Vernunft erlernt, mit diesem Stern auch gut umzugehen. Das geht ja ökologisch ganz schlimm zu. Dann gibt es diese Vereinsamungen, dann werden wir auch alle so alt. Und dann sind wir alt und allein. Segen und Fluch. Ja. Und das alles wieder neu zu erkennen, bedeutet ja es, neu zu erlernen versuchen. Also ich bin jetzt schon so eut, ich werde, solange ich lebe und ich weiß nicht mehr, wie lange das so gehen wird, werde mich darum bemühen. Aber ich trage ihn mir, auch im Hinblick auf meinen Enkelsohn und auf alles, was jung ist und auf all die, hege ich die Hoffnung. Man muss ja die Hoffnung immer füttern, weil sie will einen ja immer, sie will einem ja immer davonlaufen. Das mit der Hoffnung ist sehr schwer. Man muss sie wirklich, man muss sie halten und sagen, komm, bleib ein bisschen bei mir, Hoffnung. Also mit dieser von mir sehr gewünschten Hoffnung glaube ich daran, war es nicht eigentlich immer so, dass der Mensch, wenn es ganz und gar knifflig war, dann doch sich wieder zu verändern wusste. Und wir sind jetzt wirklich aufgefordert, als Gattung uns neu zu definieren, neu zu lernen und neu zu erfinden. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch Ihr letztes Buch, Die öffentliche Frau, gelesen. Und mir ist da auch, was apropos Lernen, so in den Sinn gekommen, was ist der Sinn des Lebens dieser Frau? Also diese Leidenschaft, den Sinn zu suchen und ich verrate kein Geheimnis, die Frau, die da im Gespräch mit einem Reporter erzählt, das ist Erika Blucher. Und also sehr bekannt aus Ihrem Leben sind die Männergeschichten. Über die werden wir jetzt nicht reden. Fragen Sie mich heute nicht. Nein, nein, das habe ich nicht vor. Dann ist diese beeindruckende Karriere als Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, die dann je ein Ende nimmt sozusagen, sie ziehen sich zurück, weil da ein Intendant kommt. Nein, eben nicht wegen dem Intendanten, jetzt kommen Sie nicht mit dem alten Fehler dabei. Nein, nach vier Jahrzehnten Schauspielerei war bei mir ganz was anderes vorher und ich wollte keine Rollen mehr spielen. Ich gehe ja gerne vor Menschen, aber mit meinen Inhalten, meinen Liedern, meinen Texten. Also der gute Herr Peimann, zu dem habe ich schon gesagt, ich danke Ihnen, Sie haben meine Überlegungen beschleunigt. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, hat er gesagt. Dann Sängerin, Lied-Texterin und Schriftstellerin. Also ein Weg durchs Leben des Suchens. Ich würde sagen auch des Menschseins Lernen und Findens. Und gleichzeitig auch immer des großen Gebens. Was ist Ihre, also da sehe ich ja auch viel Missionarisches im positiven Sinn, dieses Menschsein, dieser Sinnsuche auf der Spur zu sein, weiterzugeben. Ich komme wieder auf mich als Kriegskind zurück, wie ich dann nach dem Krieg zur Schule gehen konnte. Dann war ich einfach so gerne Schülerin, weil es war Frieden, es sind keine Bomben gefallen und ich durfte lernen, ich durfte lesen, ich durfte schreiben. Und dieses Erkennen und Erlernen und Lernen wollen, das hat mich, glaube ich, dann ein ganzes Leben lang bestimmt. Deswegen bin ich auch nicht so irgendwas geworden und das dann einfach so geblieben, sondern ich habe eher von meinem zweiten Ehemann, der fand das oft sehr blöd, dass ich etwas, was schon so fix aufgebaut war, wieder habe bleiben lassen und bin in ein ganz neues Gebiet gegangen. Der hat gedacht, ich soll eine internationale Schauspielerin werden, eine internationale Sängerin. Aber ich wollte keine internationale Schauspielerin werden, ich wollte dann lieber was schreiben oder ich wollte lieber meine Lieder selbst texten oder so. Also ich habe immer wieder, denke ich, aus diesem Impuls, das doch etwas Neues zu erfahren und Neues zu erlernen und einen neuen Weg zu gehen, bin ich halt in diese doch verschiedenen beruflichen Wege hineingeraten. Missionarisch war ich nur eine Zeit lang und zwar war das so, als ich plötzlich selber ein bisschen politisch, also ich war keine 68erin, in der Zeit hatte ich so viel private Mühe mit Ehe und Kind und mich im Theater etablieren. Aber später dann auch durch die Bekanntschaft mit dem Portugiesen Dalmeda und der portugiesischen Nelkenrevolution und plötzlich habe ich so, habe ich plötzlich für mich selbst verstanden, dass es ja ein politisches Leben auf der Welt gibt. Und nachdem ich das kapiert habe, habe ich mir gedacht, das singe ich jetzt und das sage ich und das werden alle kapieren. Ich bin sehr schnell darauf gekommen, dass das so nicht ist. Also diese missionarische Phase bei den großen Friedenskonzerten, wo man sich an den Händen hielt und hat den Frieden und blablabla. Gut, da habe ich dann schon gemerkt, so läuft das nicht. Aber ich bin für mich selber, für mich selber bin ich dabei geblieben, mich als öffentlicher Mensch, öffentliche Frau, ich habe dann irgendwann begonnen, dieses Öffentlichsein eher verantwortlich zu sehen und habe mich dort zu Wort gemeldet, habe bei mir immer aufgepasst, wo es ohne Rücksicht auf Verluste sein musste. Da, wo eh alle die Lichter geschwungen haben und wo eh alle für das Gute und Schöne waren, habe ich mich eher immer zurückgehalten. Aber ich habe Position bezogen da, wo ich es gefährlich empfunden habe und eine sehr drastische Rückantwort, wie das eben sein kann, wenn man sich wirklich, wenn man wirklich eine Position einnimmt. Das war in der Haider-Zeit. Ich habe mich gegen Jörg Haider verwehrt und in dieser Zeit starb meine Tochter mit 37 Jahren. Ich erzähle das einfach, weil es sehr signifikant war und ich habe dann nicht nur einen, sondern viele anonyme Briefe erhalten des Inhalts, dass mir das Recht geschieht, dass meine Tochter gestorben ist, weil ich gegen den Jörgl bin. Der erste Brief hat mich ohnehin in einer so schrecklich schmerzlichen Zeit hat mich vollkommen verstört. Es war schauerlich, aber ich konnte das dann schon relativieren und ich habe das auch alles nicht aufgehoben. Ich habe das alles weggeworfen, aber es hat mir gezeigt, was es bedeutet, sich wirklich in einen Widerstand zu begeben und hat mir auch wieder gezeigt, dass ich damit Recht hatte, dass ich oft Kollegen und Kolleginnen am Theater, die sich dann sehr aufgeregt haben über das, was die Paula Wesseli damals getan hat, dass ich schon immer wieder zu ihnen gesagt habe, bitte, mein Lieber oder meine Liebe, schau mal, was du jetzt machst. Die Vergangenheitsbewältigung ist für uns jetzt mal leicht. Jetzt schau mal, betrachte mal die Gegenwartsbewältigung, was für eine blöde Werbung du machst, was für eine idiotische Serie. Es ist im Moment nicht so gefährlich, wie das damals war zu Paulas Zeiten. Es war das tausendjährige Reich, wollten Rollen spielen und das hat mich dann sehr geärgert, wenn junge Leute in dem Beruf so getan haben, als wäre das ein Klacks, dass man sagt, nein, das spiele ich jetzt nicht mit und haben selber auch zum Teil dumme Sachen getan. Und so ist es, glaube ich, wenn man sich wirklich nicht, wenn man eben ohne Rücksicht auf Verluste versucht, einen Standpunkt wirklich einzunehmen und etwas zu verteidigen. Und das wird uns als Menschheit auch weiterhin nicht erspart bleiben. Wir werden immer wieder gefragt sein und aufgerufen sein, Position zu beziehen. Und deswegen befürworte ich eben auch europaweit die Demokratie. Die Demokratie hat ihre Fehler und Lücken und man kann sich schimpfen und maulen, aber sie ist nach wie vor das Beste, immer noch das Beste, was wir haben. Und ich bin deswegen auch, ich muss das auch hier dann auch gleich, ich bin auch sehr traurig, wenn die Menschen sagen, sie gehen nicht zur Wahl. Man soll, Menschen sind dafür gestorben, um dieses Wahlrecht zu erringen. Und ich beobachte ja zu oft so, ach, und sie sagen, eh olle blöd und da, da, da. Gut, dann muss man halt unter olle blöd sich das am wenigsten blödeste aussuchen. Aber das ist schon sehr oft der Fall, ich gebe es zu. Aber nicht zu Hause bleiben und nicht sagen, das geht mich alles nichts an. Also, diese, auch Europa, weil wir gerade dabei sind, das europäische Parlament, diese demokratische, große, dieser große demokratische Überbau, der sollte sich meiner Meinung nach auch noch festigen. Nicht? Dass dann wirklich nicht nötig ist, dass in einem Land wie Griechenland die Leute Hunger sterben und kein Spital mehr haben und so weiter. Da müsste man wirklich versuchen, ich weiß nicht, wie uns das effektiv gelingen soll, aber das müsste möglich sein, dass das bis in all diesen Beitrittsländern, dass das gelöst werden kann, demokratisch gelöst werden kann. Und gerade Österreich, und das sage ich hier auch ganz bewusst und sehr gerne, ist immer noch, ich würde sagen, fast weltweit, eine Insel der Seligen. Und hier wird nur gemotschkert, ich bin dafür, dass man kritisch ist. Aber Motschkan, um des Motschkans Willen, um diesen wienerischen Ausdruck zu verwenden, ist nicht zielführend. Wir haben ein Sozialsystem, das immer noch stimmt, wir können ins Spital gehen und wir werden behandelt. Gehen Sie mal in Portugal in ein Spital. Wirklich, mit einem gebrochenen Fuß. Ich habe das einmal getan. Und das bleibt schauerlich. Also, in diesem Bewusstsein hier in unserem Land, dass, ich mag dieses Wort noch nicht sehr gern, aber man muss es eben in dem Fall auch gebrauchen. Wenn einer sagt, sie schauen eh noch ganz gut aus, das habe ich auch nicht getan. Das ist auch ein Trost. Aber wir sind noch eine funktionierende Demokratie, schon auch mit Armut, es geht nicht ohne Armut, aber nicht in einem überbordenden Ausmaß und schon auch in der Lage, wirklich Fremde bei uns zu beheimaten, schon auch in der Lage, Migration in unserem Land gut zu bewältigen. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt hier über Europa sprechen, sollten wir gerade in Österreich ganz, ganz vehement darauf aufpassen, dass dieses Land sich seine Würde und auch seinen Zustand trotz aller Maulerei bewahrt. Ja, was kann man da tun, dass das gelingt? Dass eben dieses Jammern vielleicht ein bisschen positiver zum Strahlen kommt. Einmal selber damit anfangen. Ich glaube, bei allen weltweiten Fragen, das Einzige, die Welt kann man nicht verändern, aber sich selbst kann man verändern. Also bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, mit sich selbst da ins Reine kommen und versuchen in seinem persönlichen Umfeld, wo es geht, mit Menschen diesbezüglich zu sprechen und sie zu motivieren und auch auf Gefährdungen aufzupassen. Was ja natürlich jetzt europaweit sehr im Vormarsch ist, ist der Rechtspopulismus. Ein bisschen hat es damit zu tun, dass es eben nur so sehr viel Wirtschaftliches gibt, das erörtert wird und nicht dieses Geistige, dieses Kulturelle, diese andere Vision Europas. Die wird in diesem vielen Argumentieren über, wie machen wir es jetzt mit dem Geld und mit dem Trinken und müssen wir sparen oder müssen wir nicht sparen. Und die Populisten, die Rechtspopulisten kommen, wie auch immer, schauerlich, aber mit irgendeiner politischen Frage und benutzen natürlich, das ist einfach so, das Angstpotenzial, das es ganz stark gibt und verständlicherweise gibt, muss ich dazu auch sagen, wir haben alle Angst. Wir wissen doch alle, was Angst ist. Aber wir müssen, wir sollten oder unsere eigene Angst beherrschbar machen, dass sie uns nicht verführt und genauso diese Ängste, die natürlich entstehen, wenn man mit so viel Fremdheit konfrontiert ist, wenn man mit so viel eben auch Terrorismus konfrontiert ist, der auch schon in dieses Europa so hineingeklettert ist, auf eine so nicht überschaubare Form, die man auch nicht mit Sicherheitsmaßnahmen regeln kann. Wenn einer kommt mit der Kalaschnikow, kommt er, dann kann man, das kann man nicht, der überlegt sich das zu Hause und tut das. Aber da komme ich jetzt wirklich zu meinem Lebenswort, zu wirklich meiner Hauptlebensmetapher, das ist trotzdem. Es gibt viele Lieder, die ich mit diesem Wort schon geschrieben habe und mit diesem Wort lebe und überlebe ich auch. Und wir müssen trotzdem versuchen, jetzt nicht so diesen Angst- und Panikmachern von rechts außen auf den Leim zu gehen. Es gab ja jetzt wieder so eine Pegida-Geschichte und da kam dieser Herr, den auch schon unser Strache nach Wien eingeladen hat. Wie heißt der? Wie heißt der? Wurscht. Das ist vielleicht sogar gut so. Jedenfalls habe ich dann doch mit einer gewissen Erleichterung gestern wahrgenommen, dass die Gegendemonstration in Dresden nahezu kräftiger war als die erwarteten Teilnehmer bei den Pegida-Leuten. Da wird einfach dieser Anti-Islamismus, natürlich muss man gegen den Fundamentalismus in gewisser Weise vorgehen. Aber sehr, sehr ist meiner Meinung nach europaweit notwendig und das Wort des vasten Bedeutung nicht der Panikmache und den Ängsten zuzuhören, sondern wirklich die Vernunft zu bewahren. Wir Menschen brauchen unsere Vernunft. Das ist das Beste, was uns mitgegeben wurde. Wir haben Gefühl und wir haben Vernunft. Und ich glaube, wenn unsere Emotionen und unsere Vernunft ein wenig in Balance und in Waage gehalten werden, dann kann diese Welt auch nach wie vor gut aussehen. Also ich hole jetzt wieder meine orme Hoffnung heraus und füttere sie gerade. Ich hoffe, dass Europa wirklich in dieser Vielfalt, die ich da vor vielen Jahren besungen habe, bestehen bleibt und ein guter Staatenbund bleibt und wird. Das wäre sehr, sehr schön und sehr wesentlich. Sie haben angesprochen, dass es an dieser geistigen europäischen Identität manchmal fehlt. Lassen Sie uns darüber sprechen, was Sie darunter verstehen, was sich da an Bewusstsein entwickeln muss in uns. Ja, natürlich gibt es den kulturellen Austausch. Also gut, dann zeigt man halt, wie spielt man da Theater, wie spielt man dort Theater. Dann gibt es da diese Musik und da gibt es jene Musik und da kann man das... Das ist schön und das ist verständlich, dass wir einfach im Bereich, nennen wir es der Künste, da auch diesen Reichtum haben. Das ist ja sehr schön. Also wenn ich in Portugal bin, dann treffe ich dort Künstler und kann mit ihnen mich unterhalten und wir merken, dass wir eigentlich eine Stimme haben, auch wenn ich nicht Portugiesisch verstehe und so weiter. Aber die Musik verbindet. Ja, die Musik verbindet oder was man an Filmen sehen kann, was einem da gefällt, was einem da... Der europäische Film ist sehr gedient und sehr schön geworden. Also die einzelnen Länder produzieren wirklich und ich bin eine Liebhaberin des Filmes. Also wenn ich jetzt noch jung wäre, würde ich anfangen und würde nur Filme machen. Aber da man fünf, sechs Jahre braucht, bis man das Geld beieinander hat, kann ich mir das nicht mehr erlauben, weil ich kann nicht sagen, ja also dann, wenn ich 81 bin, dann schlage ich zu. Aber ich bin... Also ich bin eine große Liebende des Filmes und es gibt wunderbare Filme, also aus Finnland, aus Schweden, die Nordländer sind toll, auch mit ihren Fernsehserien und so weiter. Der englische Film sowieso, der französische Film, der österreichische Film, plagt sich auch dazu, geht auch schon teilweise ganz gut. Also italienische Filme, also und diese, das ist natürlich auch so eine Klammer wie Lissabon, Istanbul. Das ist auch ein bisschen mehr, wenn ich an das Geistige denke, dann komme ich dann schon wieder auf diese Begriffe wie Menschenwürde, einander zu achten. Also komme ich schon... Für mich ist ja Menschlichkeit etwas Geistiges. Das ist ja das Geistigste eigentlich, was wir besitzen, ist wirklich menschlich zu sein. Und in diesem Sinn, und das haben wir ja eh eigentlich schon drüber gesprochen, das hat eben auch damit zu tun, wie man sich EU-weit überlegt, das Leben der Menschen, wie sie leben dürfen, wo sie ihre Lebensqualität finden. Ich hantiere eigentlich nie mit dem Begriff Glück. Also glücklich, weiß ich nicht. Dazu fällt mir wenig ein. Das ist wenn nur ein kurzer Moment und sicher kein Dauerzustand. Also ich werde jetzt glücklich und dann bleibe ich glücklich. Ich glaube, das ist eine dieser Utopien, die sich nie erfüllen. Es gibt ja Utopien, auf dieses Schön zuzuwandern. Aber eine Lebensqualität zu haben, das bedeutet, dass mich das Leben freut, dass ich ein sinnliches und ein verstandesmäßig befriedigendes Leben führen kann. Und da muss ich halt wieder auf diese digitale Revolution zurückkommen. Leider. Das ist wirklich jetzt eine neue Entwicklung für die Menschheit, die Lebensqualität raubt. Weil das hat nichts mehr mit Lebensqualität zu tun, wenn wir so vereinheitlicht werden und wenn wir auch alle angewiesen werden, nach gewissen prototypischen Methoden zu leben. Es gibt dieses schreckliche Auffordern, das natürlich immer kommerziell ein Inhalt ist. Das ist natürlich, das Geld regiert die Welt. Aber wir müssen nicht unendlich in diesen Flugzeugen eingepfercht sitzen, damit wir dann ungeheuer in irgendeinem Riesenhotel blöd auf einen Pool schauen und der ist halt nicht hier, sondern in Dubai. Also wozu? Es gibt so Sachen, wo die Menschen darauf hingewiesen werden, als wäre das für ihr Leben notwendig und es ist sinnlos, es ist schier. Sie fahren mit dem Auto ganz weit weg, ich gehe dann im Wienerwald spazieren, die Wiesen sind alle leer, da kann man sitzen und am Sonntag auch, kein Mensch, die Blumen, Bäume, alles wunderbar. Dann auch dieses Schönes, wenn man schlank ist, okay, dagegen ist ja nichts zu sagen, man muss ja nicht dick und fett sein. Wenn man es will, soll man es meinetwegen auch sein. Aber Wellness, Fitness, Joggen, der rote Teppich, dieser rote Teppich ist überhaupt mein rotes Tuch. Gott sei Dank als Schauspielerin, als ich so schön und jugendlich, da gab es das noch nicht. Ich wurde also noch nicht aufgefordert, mit dem Modellkleid so zu machen, auf diesem idiotischen roten Teppich. Alles wird in die Richtung des Models getrimmt. Wir sollten eigentlich alle Models sein. Wenn ich uns so anschaue, kein einziges Models sitzt da. Wir brauchen, brauchen wir sie? Nein. Also, es werden uns Notwendigkeiten vorgeschrieben, die im Grunde genommen unsere Lebensqualität zerstören. Und das, das sollte Europa, wenn es nach mir ginge, sehr, sehr berücksichtigen. Ich frage mich nach den Gründen. Was ist, warum diese Sinnlehre scheinbar in uns, diese Unfähigkeit? Ich glaube, es ist immer ganz einfach. Wir Menschen wollen geliebt werden und wo dazugehören. Und das sind genau die Triebfedern, die so angeheizt werden vom Kommerz. Wenn du das machst, dann gehörst du dazu. Wenn du dir das kaufst, dann bist du geachtet. Wenn du so ausschaust, dann hat man dich lieb. Dann lassen sich die Frauen zu Tode renovieren und glauben, sie sind dann Geliebter. Nein. Das passiert natürlich nicht. Also, es ist aber so, wie die Angst verständlich ist, die man aber eben ganz scheußlich anheizen kann und ganz gefährlich anheizen kann, so ist auch der Wunsch, geliebt und geachtet zu werden und irgendwo dazuzugehören, ist auch absolut verständlich. Aber das wird wieder kommerziell in einer Weise genutzt und man kann auch wirklich nur als Individuum, als einzelner Mensch versuchen aufzupassen und sich dagegen zu verwehren. Also, es ist jetzt nicht, also, das passiert wirklich aus ganz menschlichen Gründen. Also, wenn man uns vermarktet, das ist ja so ein scheußlicher Begriff, dann wird sehr perfide in der Psyche des Menschen das herausgesucht, wo er gefährdet sein kann, wo er angreifbar ist, wo er verletzlich ist. Es funktioniert ja alles wunderbar und wir reagieren ja entsprechend. Ja, wir reagieren. Sind wir wahrscheinlich, ja, doch dann Herdentier. Ja, aber trotzdem kann der Einzelne sich dessen bewusst sein. und ich glaube, jedem, dem das selbstbewusst wurde, sollte sich eigentlich aufgefordert fühlen, dieses Bewusstsein weiterzugeben. Also, es ist sehr schwer, mit einer persönlichen Einstellung, auch als öffentlicher Mensch, gegen diesen riesen Kommerz, auch gegen die Medien aufzukommen. Unser neuer Herrscher sind ja die Medien. Also, das ist ja auch ein Punkt, den ich auch ganz gerne jetzt noch anspreche. Wenn man beobachtet, und ich schaue sehr viel, und ich schaue mir alles an, quer durch die Sender. Was zum Beispiel aus Je suis Charlie geworden ist, war letztendlich ein Spektakel und hatte überhaupt nichts, mit nichts mehr etwas zu tun. Das haben die Medien so sehr aufgeheizt und zu einem Event gemacht, wenn dann der Clooney beim Golden Globe ein Button trägt für Je suis Charlie, sage ich mir, dann ist es vorbei, mit der Ernsthaftigkeit dieses Anliegens. auch, ist so genau zu beobachten, was Medien gerade so am Tapet haben. Und das sieht man dann in jedem Sender und kurz darauf ist es schon wieder futsch. Dann kommt schon wieder die nächste Sensation. Und das erschwert natürlich auch unsere wirkliche Information. Mein Enkelsohn ist von mir adoptiert, er ist ein Saharaui, so heißen die Bewohner von Westsahara. Also kein Mensch hat eine Ahnung, was dort unten stattfindet. Da leben Menschen seit Jahrzehnten in Flüchtlingsstädten auf algerischem Boden, weil Marokko dieses Land Westsahara völkerrechtsfeindlich okkupiert hat. Da gab es einen Krieg. Dann haben die Geflohenen, die dagegen gekämpft haben, die Saharaois, haben einen kleinen Teil ihres Landes zurückerobert, dann haben sie Waffenstillstand gemacht und es existiert dort in Afrika von Marokko aus eine 2600 Kilometer lange Mauer, auf der ständig Militär postiert ist und ich und mein Enkelsohn, den ich adoptiert habe, deswegen heißt er Blue, wir waren dort, wir haben dort eine Dokumentation gedreht, wir wissen Bescheid, ich höre der österreichisch-saharaischen Gesellschaft an. Die Medien haben das noch nie aufgegriffen und die Menschen auf Erden wissen davon nichts. Wer weiß von dieser Mauer? Niemand. Und wer weiß davon, dass mehrere Jahrzehnte bereits über 200.000 Menschen in Zeltlagern leben, in der Wüste. Genau. Und ich habe diese Menschen besucht, vor schon jetzt 30, mehr als 30, fast 40 Jahren, deswegen auch meine Verbindung dorthin und deswegen kam auch der Ignaz, mein Enkelsohn, mit seiner Mutter, das war sehr dramatisch alles, jedenfalls kam er dann als Findelkind mit saharaischen Eltern, die wir nicht, die Mutter ist zurück und kennen wir nicht, Vater wissen wir nicht, kam der also auf eigentlich eine sehr dramatische Weise als Findelkind in mein Haus. Und deswegen kenne ich zum Beispiel diese Situation auf Erden so präzise, schon seit Jahrzehnten. Und ich versuche darüber zu sagen, zu singen, habe einen ganzen Film dort mit dem Ignaz gedreht und trotzdem setzt sich das nicht durch, wenn es nicht wirklich einmal medial aufgegriffen wird. Und dessen müssen wir uns auch immer bewusst sein, dass wir bei dieser steten medialen Überfütterung trotzdem nicht so genau Bescheid wissen, was auf Erden wirklich passiert. Der Ignaz ist jetzt Mitte Anfang 30. Er war 15, als meine Tochter starb und ist jetzt dann. Und der fühlt sich als Wiener und als Europäer. Der ist ja aufgewachsen. Er kennt ja nichts anderes. Er kennt das, als er da in Afrika war, war er vorher nie dort. Da waren er so 5, 26 waren wir dort. Da habe ich dann gesagt, ja fahren wir halt mal hin. Dann habe ich schon sehr beobachtet, wie er dort gemerkt hat, dass es da etwas gibt, das ihn auch bewohnt. Also wie er in einem Zelt war, wie er das dortige Essen, wie er ohne Sattel auf einem Kamel war, also ganz tschack war er oben. Also da kamen plötzlich so Seiten bei ihm hervor, die schon gezeigt haben, dass ihm da etwas bewohnt. Aber trotzdem fühlt er sich letztendlich, er ist hier geboren, hier zur Schule gegangen, hier maturiert, Schauspielschule, erlebt, er arbeitet, er ist ein letztlich doch ein europäischer Mensch geworden. Ein österreichischer europäischer Mensch mit einer erkennbaren anderen Hautfarbe als die Wiener. Er hat Rassismen genügend erlebt, vor allem als Kind. Das würde mich interessieren, wie Sie das erlebt haben. Also das hat lange Zeit, eben bis zu seinem 15. Lebensjahr hat das meine Tochter sehr entschieden gehandhabt. Aber nach ihrem Tod habe ich dann gemerkt, dass man ihn in Discos nicht hineingelassen hat, seine Freunde schon, weil die Securities so fanden. Jedenfalls bin ich dann irgendwann einmal wütend nachts zu seiner Disco und habe mit diesen Sicherheitsbeamten herumgebrüllt, sinnlos. Und er war da sehr, sehr mit Tränen in der, und das hat mich wütend gemacht. Dann wurde er aber ein sehr fescher Bursch und hatte sehr schöne weißhäutige Freundinnen dabei, da waren ihm alle Türe und Tore plötzlich geöffnet. Bei den Mädchen hat er einfach gefallen, so wie er war, und dann hat sich das ein bisschen geändert, aber ich glaube auch jetzt noch, wenn er mit den Öffis fährt, wenn er in der Straßenbahn ist, und so, aber er konfrontiert mich da gar nicht so sehr damit. Nur wenn was ist, sagt er, tja Oma, das ist so, tja Oma, das ist heute so. Und, aber gerade deshalb ist er ein sehr toleranter und ein sehr offener, den Menschen sehr offen entgegengehender Mensch. Gerade deshalb, glaube ich. Aber, also mich bedrückt eigentlich sehr oft, dass diese Geschichten noch immer stattfinden, weil wir eigentlich schon so multikulturell sind, dass uns eine Hautfarbe oder ein Anderssein im Aussehen ja gar nicht eigentlich irritieren sollte. Sollte, aber so ist das nicht. Nein. Ich erzähle eine kleine Geschichte, die sehr präzise das beschreibt. Ich hatte durch Jahre eine ganz liebe Haushälterin, die Frau Havlitschek. Die Frau Havlitschek ist jetzt 96 Jahre alt und die Frau Havlitschek wohnt beim Eldersplatz in einem Gemeindebau. Und die Frau Havlitschek war bei uns zu Weihnachten und sie liebt den Ignaz, seit ein kleiner Puppi ist. Und sie war da und sagt, die Neger bei uns im Haus fängt sie an zu Weihnachten. Was die kochen, wie das riecht. Die Kinder so laut und dann habe ich gesagt, Havli, der Ignaz ist auch ein Neger. Da hat sie aufgeschrien vor Empörung. Nein, der Iggy doch nicht der Iggy ist. Da habe ich gesagt, der ist aus Afrika, Havli, das ist auch ein Neger. Nein, das war ein riesiger Streit, ob jetzt unser Ignaz auch ein Neger ist, wie die in ihrem Haus, hat aber gezeigt, wenn man etwas kennt und liebt, dann hat man überhaupt nichts mehr dagegen. Also es ist dieses Fremdsein. Und sie, die den Ignaz seit seiner frühesten Jugend so ins Herz geschlossen hat, ist bäß, wenn da irgendetwas so aus. Und die Ausländer überhaupt, das sagt sie auch. Sag ich, Havli, naja, bei mir tut sie sich dann ein bisschen beherrschen. Und es ist natürlich auch da, also ich versuche immer auch bei all diesen Sachen die zwei Seiten zu sehen. Es ist nicht leicht, wenn du wo lebst, wo du mit deinen kulturellen Vorstellungen gelebt hast und plötzlich ist alles ganz anders und plötzlich haben die die Dirkeln halt um und plötzlich haben sie plötzlich nur den Schlitz und plötzlich wird dein ganzes Lebensumfeld so anders, dir so fremd und man versteht sich sprachlich nicht und so weiter. Dass das natürlich auch Hürden sind, die es zu überwinden gilt, das darf man auch nicht außer Acht lassen. auch da gilt, worüber wir schon gesprochen haben, das muss man lernen, mit Fremdheit zurecht zu kommen, das muss man lernen. Und meine große Lehrerin auf diesem Gebiet war wirklich meine Tochter Anna, bei der waren immer in ihrem Haus, in ihrer Wohnung, sie hat alle Sprachen gesprochen, alle Farben bei sich gehabt, alle Menschen geliebt und sie war ein so großartiger Mensch, genau in diese Richtung hin und hat mich belehrt. Ich habe hier Fragen unseres Publikums in die Hand gedrückt bekommen und ich möchte da einige herausgreifen. Hier ein Statement, wunderbar ihre Einstellung, die Sinnsuche im Leben, Humanismus, Herzdenken, Fühlen, steckt dahinter Viktor Frankl. Ja, natürlich, also leider habe ich den Viktor Frankl nicht wirklich kennengelernt, seine Witwe kenne ich jetzt sehr gut, die immer sagt, mein Gott, der Viktor, der hätte dich so gern kennengelernt. Er war der Viktor Frankl hier in Wien und ich war Schauspieler, wir hätten uns durchaus einmal begegnen können, aber durch mein Trotzdem ist man aufmerksam geworden und hat mich eines Tages zu einer Viktor Frankl Tagung geladen und dort habe ich mit meinen Texten plötzlich diese Analogie auch für mich entdeckt, also ich habe meinen trotzdem parallel zum Viktor Frankl entwickelt, aber dann habe ich natürlich sein ganzes Umfeld, seine Frau, habe das alles sehr, sehr gut kennengelernt und für mich ist das ein Philosoph, den ich sehr begrüße und bejahe, also ja. Zur Philosophie, europäische Philosophie, die hat natürlich ihre weiten Wurzeln in der griechischen Philosophie und so weiter, sehen Sie heute so etwas wie, gibt es so etwas wie eine europäische Philosophie? Naja, die muss sich aus dieser Vielfalt höchstwahrscheinlich erst heraus des Aber die kann sich durchaus aus all dem zusammensetzen, was entstanden ist philosophisch. Es ist sowieso, also, Philosophie ist ja auch der Versuch der menschlichen Existenz eben die Würde und das Dasein zu verleihen. Also, unser Dasein, das ist ja ein sehr schönes Wort. Das Sein, das macht uns aus und das Dasein, das ist unsere Zeit hier auf Erden. Und ich persönlich bin ein Agnostiker, also, ich habe, ein Agnostiker sagt, einer meiner wienerischen Texte lautet, schauen wir heute einmal, dann werden wir es schon sehen. Das sagt auch der Agnostiker. Er glaubt nicht in dem Sinn, aber er schließt nichts aus. Und auf der anderen Seite bin ich aber unglaublich für den Laizismus, also für Trennung von Staat und Kirche. Und Philosophie ist ja wiederum ein Bereich, wo man alle diese Elemente eben unserer menschlichen Existenz, unseres Daseins unterbringen kann. Also kann man sie auch nicht vereinheitlichen. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, Sie können mit dem Satz von Jacques Delors Europa braucht eine Seele sehr viel anfangen, oder? Ja, ja, wenn wir also von der Seele sprechen, die jetzt nicht in den Himmel auffährt, sondern die uns bewohnt. Denn ganz klar, wenn ein Mensch stirbt, und ich musste das leider so deutlich sehen, dann geht etwas aus diesem körperlichen Weg und das kann ich eigentlich nur als Seele bezeichnen. Egal, wohin sich das bewegt, wie sich das auflöst, wie das nichts ist ja auch nicht so was schlechtes. Aber wie dann eine Körperlichkeit von etwas verlassen wird, wenn man das miterlebt, dann weiß man so für sich ja, die Seele ist gegangen. Aber solange wir leben, haben wir sehr wohl Seele und Körper. Das ist schon gut so. Absolut. Gibt es eine Frage in Bezug auf europäische Kultur? In welche Richtung oder wie glauben sie wird sie sich weiter entwickeln? da habe ich schwer was zu prophezeien. Außerdem Kultur das ist so ein Wort hat ja so viele Bereiche. Hier ist zum Beispiel ergänzend nur gesagt hier ist so als Befürchtung auch gemeint dass eine Verschmelzung der europäischen Kulturen passieren könnte? Fragezeichen? Das ist die große Frage. Natürlich wäre es wichtig dass man eben wieder die viel zitierte Vielfalt bewahrt. Man wird sich wohl dagegen nicht gänzlich verwehren können dass zum Beispiel gerade in der bildenden Kunst wo sehr vieles auch einfach nur mit Geld zu tun hat. Ich finde das da halte ich verliere ich irgendwie die Beziehung zu wozu also nicht und das ist natürlich das die die Worte sind ja auch immer so klug das ist der Kunstbetrieb und der Kunstbetrieb interessiert mich überhaupt nicht und der Kunstbetrieb wird sicher europaweit geldmäßig das Kunstgeschäft wird weiter blühen aber eine wirkliche künstlerische Erneuerung oder das was Menschen künstlerisch tun das wird schon immer mit der Gegebenheit verbunden bleiben in der dieser Mensch aufwächst oder lebt oder gerne ist also gerade habe ich das eben in Lissabon sehe ich das so stark und in Istanbul habe ich das so stark empfunden weil ich in beiden Ländern eben mit künstlerischen Menschen konfrontiert wurde und die bleiben absolut jeweils in ihren Bereichen in ihrer künstlerischen Ausformungen musikalisch bildnerisch theatermäßig das bleibt ganz eigenständig aber gehört zu Europa Sie haben jetzt schon mehrfach Istanbul in der Türkei genannt die Türkei ist nicht Mitglied der Europäischen Union und wenn man über den europäischen Kontinent spricht dann hört es eben genau bei Istanbul halt auf gehört für Sie Türkei nach Europa oder zu Europa Also ich habe Istanbul als so unglaublich europäisch empfunden In der Türkei muss man sich schon noch einigen wie man wie man vorgehen will Der gute Herr Erdogan muss erst einmal schauen was er sich unter seiner Türkei vorstellt Ich kenne aber Die türkische Riviera die gehört ohnehin zu Europa Aber ich kenne ich habe Freunde also türkische Menschen und habe dort eben in Istanbul türkisches Leben erfahren und das ist absolut europäisch und absolut Erdogan abwehrend Also dort brodelt es natürlich Da weiß ich nicht ob ich sagen soll ob das zu Europa kommen soll oder nicht Das kann ich im Moment eigentlich nicht beantworten Aber Istanbul gilt ja als die Kulturstadt der Türkei Ja Nur natürlich dort wo ich halt war in einem schönen Hotel am Bosporus und so Aber ich war vor vielen Jahren mal in Istanbul und da bin ich halt auch mit dem Flugzeug gelandet und diesmal wieder wir landen mit dem Flugzeug und ich denke es ist ein so riesiges Häusermeer diese Stadt die hat mehr doppelt so viele Bewohner als ganz Österreich die Stadt Istanbul und da wo ich mit den Freunden dieses europäische Istanbul erfahren habe das ist sicher nicht dieser Dschungel der vielen 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 kleinen Häuser ohne Grün ohne nichts da sage ich mir wieder was kann was könnte man tun dass Menschen menschenwürdiger leben dürfen und auch natürlich überall immer das klaffen und ich glaube das ist aber auch ein weltweiter Zug das klaffen zwischen reich und arm das das macht auch Griechenland aus das gibt es auch in Portugal das gibt es auch da gibt es einfach diese unerhörte Kluft wie uns Menschen gelingen soll diese Kluft anzunähern wenigstens das frage ich mich oft mit Traurigkeit bei der Solidarität eine Frage an Sie welche Möglichkeiten haben Sie entwickeln können um Ost und West Europa näher zu bringen nämlich als österreichische Künstlerin oder als Österreicherin naja ich habe in Österreich als Künstlerin gearbeitet aber ich habe wenn wir schon von der Seele reden meine Seele die hat sehr viel Östliches also ich spüre ich habe ja am Theater fast immer oder sehr oft die Russen gespielt also ich war prädestiniert Tschechow zu spielen oder Gorki oder Turgenev und das habe ich auch immer sehr gern getan weil das unglaublich gesellschaftskritische und wunderbare Stücke sind die diese Herren geschrieben haben aber da habe ich dann so gemerkt dass ich da wirklich auch hingehöre und meine große Oma ich hatte zwei Omas eine Hiesig und eine die eben aus der Tschechoslowakei gekommen ist die noch ein bisschen gebemakelt hat das war aber die große Oma und die war als junges Mädchen auch im Burgtheater und die hat auch dafür gesorgt dass die ganze Familie nach Wien gezogen ist und dass ihre Söhne alle in Wien inklusive mein Vater hier studiert haben und mit der hatte ich eine tiefe liebevolle Beziehung mit der war ich auch in meinen ersten Theateraufführungen und habe die Liuba Velic gesehen die gesungen hat meine Arme sind schmiegsam mit ihr war ich im Kino zum ersten Mal also sie hat mich da so hingeführt sie war auch mit mir im Rathauspark vergesse ich nie eine Geschichte die kurz nur und sie hat mir erzählt und das ist das Burgtheater also das Burgtheater war noch ganz kaputt und vernagelt mit Brettern oder so und ich bin im Rathauspark mit meiner Oma gesessen und habe mir irgendwie gedacht da werde ich mal spielen und als ich dann ja später engagiert wurde habe ich mir gedacht ah Oma damals habe ich diesen Wunsch ausgeschickt jetzt ist er zurückgekommen geht nicht mit allen Wünschen so gut Glauben Sie immer noch dass die Europäische Union jegliche Kriege im europäischen Raum verhindern könnte das muss sie also da gehe ich weg vom Glauben da werde ich doktrinär da sage ich das hat zu geschehen also was ich da dagegen einsetzen kann das aber ich glaube auch nicht dass das der Fall wäre nein also wenn man denkt wenn man an Frankreich und Deutschland denkt was da alles los war und jetzt ist also nein ich glaube dass innereuropäische Kriege führen müssen wir im Moment also müssen wir eigentlich nicht befürchten Sie haben gerade die Geschichte erzählt mit Ihrer Großmama und dem Burgtheater hier eine Frage gibt es ein politisches Schlüsselerlebnis für Sie also dass Sie Sie sagen Sie sind Antifaschistin das ganz klare Stimmen mein Schlüsselerlebnis war doch sehr was ich nach der Nelkenrevolution in Portugal erlebt habe die haben ja wirklich gewaltlos damals das ist jetzt schon sehr lange her 73 haben die eine Diktatur bereinigt also das war also wirklich der Herr Salazar das war eine ganz böse Diktatur und das hieß Nelkenrevolution weil die Militärs haben nicht geschossen nicht gemordet sondern diese rote Nelke war eigentlich und sie haben das dort geschafft und ich war dann anschließend mit dem Antonio Dalmeda mit dem Musiker mit dem ich viele Jahre gearbeitet habe dort und habe politisch ganz ganz viel erfahren weil die Menschen dort politisch so bewusst waren eben weil sie das geschafft haben und mein zweites großes Erlebnis wirklich mit politischen Gesprächen und Wahrnehmungen war nämlich auch in den Flüchtlingslagern der Saharao ist denn dort sitzen Menschen mit denen kann man über Weltpolitik so klug sprechen wie hierzulande eigentlich nicht so oft mit jemandem vor allem mit einem Politiker nicht so oft aber kann man schon auch welche finden mit denen das sehr gut möglich ist aber also ja ich würde sagen und dann das habe ich ja schon erwähnt haben mich sehr politisch inspiriert zum Beispiel dieses Stück Sommergäste von Maxim Gorky das habe ich damals mit einer solchen Leidenschaftlichkeit spielen dürfen oder habe es auch getan weil die Figur die ich da gespielt habe die sich gegen diesen ganzen miefigen spießbürgerlichen gegen diese Faulheit gegen dieses nichts wollen nur gut leben dieses sich um nichts kümmern um nichts scheren immer immer die sich dagegen so zur Wehr setzt mit wunderbaren Worten vom Herrn Gorky das hat mich so hingerissen im wahrsten Sinn des Wortes dass es wirklich meines wurde ich habe da plötzlich nicht mehr den Gorky Text gesagt sondern es wurde mein eigener Text das war für mich sehr sehr stark damals ja glauben Sie dass das Theater heute unpolitischer geworden ist es tut so als wäre es furchtbar politisch aber macht es in meinen Augen auf eine oft sehr törichte Weise also wenn man immer den Finger erhebt und wenn man plötzlich eine Hedda Gabler macht ein Stück von Henrik Ibsen wo es darum geht von Ostdeutschland und Westdeutschland dann sage ich mir dann sollen Sie bitte ein Stück schreiben über Ost und West und so und das nicht also es wird zu sehr so mit dem Zeigefinger und jetzt musst du kapieren was da gemeint ist zum Beispiel gerade der Herr Gorky hat einfach von Menschen erzählt und es war total politisch erkennbar aber wenn man nicht mehr von Menschen sondern nur mehr von Figuren erzählt dann wird es zwar immer als als sehr schrill und sehr neu und sehr kühn und auch sehr politisch bezeichnet ist es aber in meinen Augen nicht sehr häufig aber fehlt uns da eine gewisse politische Kultur im künstlerischen oder kulturellen Bereich reden Sie mit anderen Künstlern die würden sagen das fehlt doch bei uns überhaupt nicht ist doch alles da nein nein es kommt immer darauf an mit wem in diesem Bereich großen Bereich der Kunst man redet es wird immer wieder eine gute Literatur geben es wird immer wieder gute Aufführungen am Theater geben es wird immer wieder Musik geben die aber zum Beispiel wenn ein Mensch wie Daniel Bahnbäum ja nach Israel geht und dort Wagner spielt ja weil er sagt das ist ein Musiker und so weiter es gibt also solche das sind das sind wirklich politisch politische Leistungen also zum Beispiel der Herr Bahnbäum das ist für mich ein großartiger Pianist ist Dirigent allein in seiner Professionalität einzigartig aber dieser Mann verbindet diese hohe Professionalität wirklich mit einem politischen Anliegen und macht das auch sichtbar durch dieses Westlieferenorchester genau und das sind Sachen die mich dann überzeugen oder die mir sehr gut innerhalb des Kulturlebens die mir wirklich etwas sagen nur Daniel Bahnbäum ist kein Österreicher und ich überlege gerade ob mir ein Österreicher ein zählt ich bin sehr gut befreundet mit meinem lang langjährigen Direktor am Theater dem Achim Benning der da so irgendwie ziemlich ich möchte fast sagen geschasst wurde weil er war plötzlich nur mehr altmodisch und so bei dem beobachte ich jetzt der hat dann einfach ein Buch herausgegeben mit all seinen Reden und Artikeln und so weiter und ich merke jetzt zum Beispiel wie sich das immer mehr um ihn formiert dass auch jüngere Leute am Theater plötzlich merken hallo da ist ja jemand der wirklich politisches Theater gemacht hat also der Zeitgeist der heißt ja auch so der hat oft nicht ganz so viel mit Geist zu tun sondern der hat oft mehr mit der Zeit zu tun ob er berühmt ist ob er das gut bedient ob er sich selber gut vermarktet ob er von den Medien hoch gepusht wird und so weiter aber es gibt schon auch hierzulande Menschen die auf eine große tapfere Weise politisch denken und sich auch bewähren nicht unbedingt sehr tapfer sind ja mehrfache Diskussionen in letzter Zeit gewesen im Hinblick nicht auf die Europa Hymne oder ihre Hymne sondern auf die österreichische Bundeshymne da gibt es ja nichts mit diesen Geschichten da habe ich aber eine Frage kommt nicht von mir diese Töchter ich frage sie trotzdem was halten sie von Söhne und Töchter in der österreichischen Bundeshymne ich kann schon nicht leiden wenn man sagt Mann sagt muss man sagen Frau sagt da wäre ich schon fruchtig erstens mal schreibt man Mann mit einem Mann und dann dieses muss man immer sagen Journalist Journalistin also das ich bin wahrlich eine Frau die emanzipatorisch würde ich sagen gelebt hat und das Frausein wirklich verteidigt hat ein Leben lang aber Blödheiten kann ich nicht leiden und vor allem genug mit dem Thema nein wir wollen es wir wollen es auch nicht aufwärmen also ich möchte unbedingt eine Kopie von ihrem Text von der Europa Hymne ich schenke ihnen den die das Original wir singen ja alle Freude schöner Götterfunken aber offiziell hat ja die Europa Hymne gar keinen Text sondern eben nur Melodie das würde ich belassen als ein Kuriosum von da zu mal aber der Inhalt um da inhaltlich auch noch ein bisschen zurück zu kommen mit der Vielfalt das ist das ist ja das Thema Europas eigentlich die Einheit in der Vielfalt aus Unterschieden ein Reich das gefällt mir eigentlich nicht fischen im selben trüben Teich das ist nach wie vor finde ich gar nicht so schlecht umrissen was wir uns da vorstellen könnten ja Reichtum ist Europa ein Reichtum ist Europa ein Reichtum ist Europa wenn jetzt der Antonio da wäre mit einem Klavier könnte man es euch noch vorsingen wir werden das nachholen aber dieser Reichtum der der ist sehr schwer zu teilen und da habe ich eben noch einmal so eine Frage im Hinblick auf Griechenland Griech Sozialunion und warum wird so wenig über dieses Teilen und dieses Positive berichtet also warum ist Griechenland so ein Angstbild Griechenland tut mir im Moment es tut mir wirklich weh wie man auch die griechischen Menschen im Moment sieht und die müssten ja jetzt alle Angst bekommen weil ganz Europa mit dem Finger auf Sitz ja und und ich habe unlängst mit einer Dame gesprochen die gesagt naja die Portugiesen die aber die Griechen die sind so habe ich gesagt entschuldigen sie sie können jetzt nicht einfach sagen die Griechen sind so oder so ich war früher als Mykonos noch eine lyrische Insel war und noch nicht so mit Hotels übersät also in jüngeren Jahren war ich sehr gerne auf Mykonos und es gibt dort eine Herzlichkeit und eine Gastfreundschaft und ich habe auch unlängst eine Dokumentation gesehen dass junge Menschen die nicht mehr zu Rande kommen die fahren jetzt auf die Inseln haben sehr viele hin versuchen dort selber anzubauen mit Ackerbau die Griechen bemühen sich sie haben nur einfach durch Jahrzehnte nicht gelernt dass man wenn man Geld kriegt eine Rechnung dann wohin gibt wenn man das nie beigebracht bekommen hat man hat das Geld genommen und davon gelebt würde ich eigentlich einsehen wenn es so ging ich hätte es auch gern so also ich kriege das Geld und sage danke und gebe es wieder aus Griechenland etwas ganz neu für sich erlernen aber es gab davor eine solche Durststrecke es muss so schlimm zugegangen sein wirklich mit Menschen die plötzlich überhaupt keine medizinische Versorgung mehr hatten und plötzlich die Wohnung verloren haben und die Rente verloren also wirklich wenn da jemand so hierzulande sich so ein bisschen mockiert denke ich mir immer überleg dir mal du hättest jetzt auf einmal keine Rente mehr wie wär dann wärst du dann ein netter freundlicher Mensch oder oder würdest du sagen hallo so so will ich nicht leben also ich ich habe den Eindruck und ich werde ja sehen ob er mich täuscht oder nicht dass gerade Griechenland das so unten durch war und ist durch dieses wählen dieser jungen Leute wo man ja sagen kann die werden das ja eh nicht so erreichen und die haben dass das trotzdem ein Impuls war ein Aufruf das hat auch hat auch alles jeder überlegt das jetzt ganz anders also dieser Zipras dass der gewählt wurde das hat wird letztlich in meinen Augen doch für Europa eine Bedeutung gehabt Glauben Glauben Sie dass er für Würde für Griechen kämpft den positiven Sinn Mit dem Finanzminister der jetzt plötzlich ein Schönling in den Gazetten ist kenne ich mich nicht so aus aber der Zipras schaut mir jetzt schon so müde aus den Augen und wenn ein Mensch so müde wird dann weiß ich er arbeitet wie ein verrückter daran etwas umzusetzen wie schnell ist der arme Obama ergraut und alle haben ihn gleich beschimpft der hat sich so geplagt dass er in einem Jahr eisgraut und uralt war und ich sehe bei dem Zipras an der Art wie aus dem strahlenden Wahlsieger wirklich ein bemühter Mann wird der das versucht und das versucht und das versucht dass er sich sehr bemüht und sehr sich wirklich fast der Sache so hingibt dass es ihn richtig erschöpft also wollen wir doch Griechenland die Damen halten und das verlangt halt Solidarität die wird durch die große Macht und es muss diesen Geldinstitutionen muss das zurückgegeben werden ja das aber da darf man natürlich mit mir nicht reden weil ich mich da nicht auskenne das verstehe ich irgendwie nicht ich verstehe überhaupt diese Staatsschulden nicht was ist wenn wir alle sagen die haben eh alle keine vergesst wir es das Geld wird irgendwo sagen wir jetzt plötzlich alle haben keine Schulden mehr und fangen wir von vorne an das wäre meine Theorie ich weiß so geht das nicht ich werde da auch nicht gefragt werden da würden uns die Ökonomen etwas auslachen weil der erkämpfte Wohlstand natürlich dann auch weg ist also gut jedenfalls wenn für mich sind oft diese Summen die so genannt werden das ist für mich so außerhalb jeder so irreal so gigantomanisch so fernab von einem menschlichen Erwägen dass ich mich damit auch gar nicht befassen kann aber das machen eh die Ökonomen die machen das schon was glauben Sie was haben die Medien für eine Macht in Europa die Medien haben überhaupt unsere Machthaber sind die Medien also wir brauchen gar keinen tollen Herrscher mehr wir sind wirklich von den Medien schlichtweg beherrscht und dessen müssen wir uns bewusst sein auf der anderen Seite soll es natürlich diese Meinungsfreiheit geben soll man natürlich alles und jedes sagen schreiben aber ich glaube als jeder Mensch sollte sich dessen sehr bewusst sein dass es geboten ist bei also medial immer seine Skepsis zu bewahren und sich nicht ohne Widerspruch über zu immer versuchen aus verschiedenen Quellen Information zu holen das ist glaube ich so wichtig und sich selber sein Bild zu bauen auch da aus Unterschieden ein Reich dann sollen auch unterschiedliche Meldungen und wenn man das beherzigt kriegt man dann schon ein ziemlich genaues Blick auf die Welt Sie sagen Sie sind Einsiedlerkrebs also so von der Identität und durch das Arbeiten als Schriftstellerin ist es auch viel Arbeit in Einsamkeit Ich wollte aber eine ganz andere Frage stellen nämlich könnten Sie ein europäisches Buch schreiben Meine Bücher sind europäisch indem ich ein Europäer bin sind meine Bücher europäisch ich könnte jetzt mir nicht Europa als Thema wählen sondern was weiß ich in der öffentlichen Frau die sie gelesen haben dann erzählt ja diese Frau ohnehin von Griechenland sie erzählt von Portugal sie erzählt von Österreich von Prag Prager Frühling das kommt alles vor das ist toll europäisches Buch ich habe mir gerade in den letzten Tagen oft gedacht auch die Medien die schreiben immer wenn es negative Nachrichten in Europa gibt die EU will jetzt das und die EU will das und ich sehe das eigentlich als eine ganz große Verkürzung wenn es politische Statements oder neue Gesetzes Bestrebungen gibt ob die nun von der Europäischen Kommission oder vom Europäischen Parlament oder einer anderen Institution kommen weil für mich persönlich Europa ja nicht einfach nur Brüssel ist sondern wir zwei wir drei wir alle hier naja aber trotzdem glaube ich muss muss diese Europäische Union vermehrt darauf achten dass also dass sie wirklich auf eine gemäße Weise verwaltet wird wir können jetzt nicht sagen okay da haben wir zwar das Europäische Parlament aber machen wir alle was so geht es auch nicht also die Ausgestaltung dieses Europäischen Parlaments und wirklich darauf zu achten dass das auch eine demokratische Form erhält daran muss auch noch kräftig gearbeitet werden und das dürfen eben wirklich nicht nur die Finanzinstitutionen sein es darf wirklich nicht macht ohne Kontrolle sein also das glaube ich muss müsste man noch sehr herausarbeiten dass auch da eine Art dass Europa in einer Weise regiert wird ohne sich Europas zu bemächtigen sondern dass es eben auch auf demokratischem Weg kontrolliert dieses Europa verwaltet es gibt wahrscheinlich kein schöneres Schlusswort Frau Blucher ich danke Ihnen sehr für das inspirierende Gespräch danke ich danke auch danke Untertitelung des ZDF, 2020